herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ich habe ja auch im kanal war manchmal ganz so auf jeden fall habe ich ja lange zeit ein video mehr hochgeladen ich glaube mehrere monate und ja also ich kann doch nicht aufnehmen und ich hatte auch manchmal auch keine lust und der auch ein bisschen besser ist als der alt also kann man kann ich vielleicht beispiel jetzt nehme ich erzähle es kaum richtig halt also ist ein flüssig gelaufen und alles also gar nicht flüssig und dem geht es eigentlich also sich jetzt nichts verändert ja sagen wir mal eine runde wettrüstern ich wollte auch gucken ob ich vielleicht minecraft hochladen kann ob das vielleicht auch noch mal was habe ich kann nicht die also das wird wahrscheinlich halt noch kommen also wenn das jetzt alles funktioniert so wie es klar also so wie ich will so wie ich denke jetzt erstmal werde ich auf jeden fall mal ab morgen wieder anfangen mehr youtube zu machen und alles gucke ich mal dass der kanal bisschen besser aussieht weil wir das sieben abonnenten ist nicht wirklich viel und mal gucken ob ich es vielleicht schaffe sondern ich versuche also mein ziel ist das bis wo ich glaube das ist ein bisschen hoch aber da ist silvester 100 abonnenten zu bekommen und wäre cool wenn ich es auf jeden fall schaffe dann würde ich mich echt krass hart freuen und dann gäbe es auch ein kleines ähm special video also speziell spezial video und wenn ich das nicht auf jeden fall mal kommen also kommt ein video von silvester das was ich wahrscheinlich alles gekauft habe würde ich zeigen ich bin nicht so viel aber ich bin nicht so gut also so gut ich bin jetzt nur einster aus meinem türen ajoe lodi manche anscheinend was gemacht hier auf einmal sind zwei hoffentlich geht das jetzt alles weil ich das spiel ist flüssig läuft das ist halt es hat schon gelehrt wenn wir mal so und es ja einfach mit scheiß grafik und so dann halt konnte ich mir angucken aber das war es ist ja scheiße wenn ich zu aufnehmen kann das spiel dabei übel legt auch in der aufnahme legt also es hat das ist nett beim zocken und in der auf und das ist ja auch scheiße und bringt einfach das bringt halt einfach nicht wirklich viel jetzt habe ich halt den besseren pc ja mit dem kann also es ist bisher kann ich auf jeden fall aufnehmen ob ich das auch hochladen kann weil es nicht schlecht oder so muss ich noch ein bisschen die einstellen ein bisschen einstellen gucken scheiße einstellungen gucken und dann ist das eigentlich schon gehen rum so hatte der hochgelaufen sind nur gewesen oder so Pilzchen Alles okay Ach man Ich rede Ich freue mich, wenn ich ein paar Kiel Abstauben darf Läuft gerade Oh ne, scheiße Boom, Digga Hätt's ja nicht gedacht, Geil Jo, verpiss dich Ja, Koch, komm schon Habt ihr den gesehen? Ich komm's mal bitte in die Kommentare Habt ihr den gesehen? Oh ja Oh, Alter Oh, no Das hätte ich jetzt nicht Wo bin ich dabei, gell? Boom, alle zwei Nausecopes Jo Habt ihr das gesehen? Boah, schla Oh, okay Hoffentlich Ja, ich glaub 15 Minuten Ist das auch alles zu Ende Weil ich kann nur 15 Minuten aufnehmen Und dann Kann ich's halt nicht mehr hochladen Heute sind wir gerade erst bei 6 Minuten Und das schützt Boom Das ist ich kann aufnehmen Ja, 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 nice Nice Boom, ich bin Boom Dann kommt vielleicht noch ein paar Streams Äh, Stream Ach, keine Ahnung Wie sagt man Das ist die Mitte von Stream Ach, keine Ahnung Wie kann man das so sagen? Äh, egal Auf jeden Fall Mal kommen mehr Videos Also ich guck, dass ich vielleicht Täglich zwei hochladen kann Manchmal vielleicht sogar drei Man guckern, wie ich Lust Also wie ich Lust hab Und es auch Also halt von der Zeit her passt Deswegen Hoffentlich Schaff ich mal Das mit meinem Ziel Für dieses Jahr Das oder so Für dieses Jahr Will ich einfach Obwohl Das ist halt nur noch so wenig Zeit Deswegen ist ich 50 Sagen wir 50 Wenn ich 50 hab, wär ich auch ganz glücklich Eigentlich wäre doch sehr glücklich Wenn ich im ersten Also Im ersten Monat So Und 50 Abonnenten Wenn ich das schaffe Bis zum Silvester Dann bin ich echt glücklich mit YouTube Und ja, dann Hol ich mir zu Weihnachten Vielleicht Ähm, wie heißt Hm Besuchts Mikro und alles Weil das ist Mal ein doofes Headset Mikro Und dann mal gucken So Das war jetzt die erste Runde Ich hoffe, es hat euch gefallen Lasst ein Like da Komm Irgendwas in die Kommentare schreiben Was ich noch spielen kann Und Ciao